Das MRT. Für die professionelle Pflege der Opferrolle. Ein paar Minuten in der lauten Röhre, ein paar undurchsichtige Büder, die kein Mensch wirklich versteht. Aber, dass es reicht, um unsichtbare Krankheiten heraufzubeschwören, in diesem Podcast. Anarcho-Pod. Freiheit beginnt im Kopf. Der Podcast für dein Ende der mentalen Sklaverei. Mit Ronald Kahn. Das MRT. Die Königsklasse der modernen Medizin. Das sogenannte Juwel im Kronleuchter der sinnlosen Diagnostik. Willkommen in der Welt der Magnetresonanz-Domografen. Den wahren Helden für alle, die die eigene Krankengeschichte ein bisschen dramatischer gestalten wollen. So im Sinne des Pimp up my Krankengeschichte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart und ein bisschen schräg für Menschen, die schon mal lange auf so einer Untersuchung gewartet haben und sich jetzt da ein bisschen verarscht fühlen. Als Professionist mit einer gewissen Distanz und einer gewissen Fachlichkeit kann man Muster erkennen, die in der Medizin gleich sind. Und ein Beispiel des MRT auch zu erkennen sind. In meiner Arbeit mit Menschen geht es in erster Linie um Schmerzen am Bewegungsapparat, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie. Wo die Radiologie definitiv ein Teil der Diagnostik ist. Der Diagnostik. Das bedeutet, um zu finden, was die Ursache ist, um die Diagnose zu finden, kann ich das als Werkzeug einsetzen. Das bedeutet Teil der Diagnostik. So wie es aktuell betrieben ist. Man hat Kreuzwe, man hat Knirwe, man hat Knackwe. Man geht zum Hausarzt und man bestellt einmal ein MRT. Als erstes, weil mit dem startet man. Und das wird heute auch so praktiziert. Das ist diese Medizin auf Zuruf, wo man an der Theke nach dem Zücken der türkisen Bezahlkarte, die All-Inklusiv-E-Card, seine Anwendungen selber bestellt. Das ist dann so dieses Denken, wo sie Menschen irgendwie in einer psychischen Störung einreden. Sie sind mündige Patienten, weil sie sich ohne jegliche Fachlichkeit selber komplett überteuerte Diagnostikverfahren wünschen. Das ist auch der Grund, warum keiner im richtigen Moment eine MRT kriegt, weil jeder Trottel immer was kriegt. Nur um zu verstehen, wie dieses System wirklich kaputt ist. Dieser Mensch holt sich dann sein MRT und lässt dann dieses Foto veranstalten und rennt dann mit diesem Foto umeinander. Das bedeutet, er hat jetzt ein Foto gemacht und das war's. In einer komplexen, strukturierten Regelkreisbehandlung von solchen Dingen ist es jetzt ein kompletter Kopfschuss und schon mal ein kompletter Fehler, ziel- und planlos zu diagnostizieren. Privatkost bei uns in der Region, ich habe letzte Woche eine MRT gesehen, oder die Rechnung von einer MRT von einer Schulter, 300 Euro. Das kriegst du auch nicht zurück, weil dieses Gerät ist aus dem Großgeräteplan Österreich ausgeklammert und dadurch gibt es auch keine Refundierung. Das ist das, was für Menschen dann sehr hart ist, wenn sie sich um 300 Euro ein Foto kaufen, mit dem keiner arbeiten will, weil es so schier ist, auch keiner umschauen will. Die meisten Sachen sind ja nur mehr digital, das heißt, du kannst es nicht einmal ausdrucken, in der Kuche aufhängen. Nur um zu verstehen, was MRT für ein Wahnsinn ist. Ein Teil der Diagnostik wurde zum Inhalt eines ganzen Geschäftszweiges, das sind diese Radiologieinstitute, wo natürlich den ganzen Tag die Röhre glüht und einer nach dem anderen aus- und eingeschoben wird, wie bei so einem Bosner Standl ein Hotdog. Hotdog, das ist das, was daraus gemacht worden ist. Menschen, die dann zu mir kommen, haben ja dann oft schon MRT-Befunde mit, speziell diese Schulteragenten, weil sie mit diesen Beschwerden ja schon seit Jahren umrennen und auch schon bei einigen Schulterspezialisten waren und einige sind MRT-Sorben. Da gibt es Leute mit einem Schulterproblem seit sechs Monaten und drei MRTs und vier Fachheitskonsultationen ohne jeglichen Fortschritt. Nur jeder droht irgendwie mit dem Messer, so ein bisschen wie ein Räuber, könnte ich das fast sagen. Also nicht so, ich kann ihn anbieten, das zu operieren, weil es einen Sinn macht, wegen dem und dem und dem Aspekt, sondern das kann man operieren. Um so den Menschen ein bisschen zu verängstigen und ihn auch dann mental darauf vorzubereiten, dass dieser Ritualmörder zuschlagen wird. Das ist so die Standard-Vorgeschicht meiner Kunden. Wir suchen die dann in erster Linie auf, weil sie diese Drohung des Messermanns dann plötzlich ernst nehmen. Sie kommen dann ganz stolz zum Termin mit diesem MRT-Befund, weil ja die anderen Spezialisten, diese Schulter-Gurus, ja ganz klar Dinge gesehen haben, also fast so wie Visionen in Medjugorje, so heiligen Erscheinungen, was sie nicht alles in der Schulter erkennen und was man nicht alles da so grandios operativ sanieren kann. Und es gibt es durchaus, dass man bei einer Schulter bei einem Mitte-40-Jährigen von einer ganz normalen Schulterdach-Athroskopie bis hin zur Prothese doch eine gewisse Bandbreite über Interpretation und Manipulation erzeugen kann. Zu mir wollen sie halt dann kommen, weil sie nicht eine schneiden wollen. Man schaut sich dann diesen MRT-Befund an, wo ich dann definitiv sagen muss, in der Masse ist er nicht die Ursache, also bei sicher 99% der Kunden, nicht die Ursache für diese Beschwerden, weil die aus einer ganz anderen Ebene kommen und daher auch die Schulterchirurgie so schlechte Ergebnisse fährt, die Schulterchirurgen immer wieder vom kompliziertesten Gelenk reden und ich meine Kunden dann als erstes sage, sei froh, dass du ein Schulterproblem hast. Das geht am einfachsten zum Behandeln, weil die muskuläre Situation so viele Weichteile hat, die Pfanne von der Schulter so klein ist und du einfach ganz viel richten kannst über die Beweglichkeit. Wenn man diesen Menschen dann diesen Befund dann ganz genau vorliest und er ihm dann erklärt, dass er nichts hat, wird es dann sehr eng. Nicht für mich, sondern für die anderen. Sie pissen zwar mich dann massivst an, weil ich dann aus diesem Befund außerließe, dass dieser Mensch keine radiologisch auffälligen Dinge hat, die irgendwie diesen Schmerz nur ansatzweise rechtfertigen würden. Natürlich haben meine Kollegen und meine Vorgänger alles aus dem Befund außergelesen, nur ich halt nicht. Weil in meinem System geht es um Spannungen und um Bewegung und um ein geändertes Denken, wo man halt dann nicht so die Kronjuwelen der sinnlosen Diagnostik haben will. Wenn man dann diesen MAD-Befund entzaubert hat, will ja dieser Mensch dann jetzt wissen, wann ja das jetzt so sinnlos ist, warum das ja dann gemacht wird und warum das die anderen sehen. Muss ich ja auch sagen, ich habe keine Ahnung, mit was für einer Brün der Kollege da hingeschaut hat. Ich lese das, was da schwarz auf weiß in der mir verständlichen Sprache präsentiert wird. Kann er diesem Modell zeigen und kann er halt ganz klar sagen, anhand von anderen Erkenntnissen der Wissenschaft, nicht Prospekte im Worteraum, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen dem und dem. Man erzählt den Menschen noch von einer Placebo-Operation in derselben Wirksamkeit, auch an der Schulter, Knie, dass die Anfertigung von MADs bei unspezifischem Rückenschmerz, beim Erstkontakt, eine schlechtere Prognose stellt, um Menschen so dieses System des MADs zu erklären. Natürlich, wenn man um 300 Euro so ein Büdel gekauft hat, will man das partout nicht auslassen und man will das irgendwie jetzt von dem Therapeuten rechtfertigen lassen, dass das vielleicht keine gute Idee war, aber sicher nicht schlecht. Das geht dann bei mir auch nicht, weil was ein Scheiß ist, ist ein Scheiß und das wird jetzt kein besserer Scheiß, wenn wir länger darüber reden. Scheiße mit einem roten Mascherl bleibt Scheiße. Das ist ja das, was die Menschen dann immer checken müssen, dass man die Fakten, die Dinge, die offensichtlich da liegen, nicht jetzt diskutieren muss, sondern einfach damit arbeiten muss. Sag ich, wenn du die nicht operieren lassen willst, ist es sowieso irrelevant, was in der Schulter drinnen ist, weil in einer klinischen Diagnostik über Muskeltests, was ich noch nicht mehr mache, das muss ich Ihnen noch erklären, was das MAD durchaus ersetzt in sicher 90% der Fällen, aber da musst du dich halt ein bisschen beschäftigen mit den Leuten und dort verdient halt keiner so gut und wir wissen ja, dass die Nobelfotografen meistens einen Hang zu Koks, Nutten und Eigentumswohnungen haben und da ist halt ein Test mit der Hand nicht so gut, als wie eine Runde in dem Hilti-Röhrtl-Faden. Weil wenn ich mich nicht operieren lasse, sowieso wurscht, weil es ist nur wichtig, dass die Bewegung funktioniert, dass der Schmerz weg ist und die Alltagsfähigkeit wiederkehrt. Weil so interpretiere ich meinen Beruf und das, was du jetzt so in den Mittelpunkt meines Berufs stößt, ist einfach nur ein Foto und sonst nichts. Und anhand des Fotos kann ich gar nichts tun. Ich sehe keine Bewegung, ich sehe keine Sensorik, ich sehe keine Nervenaktion, ich sehe nichts. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass du ein gewisses Alter hast und dementsprechend ein gewisses Abnutzungserscheinungsbild an deiner Schulter und dass das halt definitiv nicht die Beschwerden erklärt. Das ist dann so der Moment, wo man dann schon ein bisschen eindringlicher wird und bei der Erklärung über die Herleitung dieser Probleme pisst man die Leute dann massiv vor, weil man dann in dem Bereich ist, wo es keine Fotos gibt, wo man sich nicht upgraden kann mit irgendeinem MAD-Befund, sondern es ist das eigene Bewegungsverhalten, es ist das eigene Denken und es ist das eigene Bewusstsein, wie man mit seiner Gesundheit umgeht und wie man den eigenen Körper da schindet, quält und drangsaliert und sich dann wundert am Ende, dass dieser Körper rebelliert. So kommen Menschen dann von diesem MAD-Wahnsinn in der Individualsituation, keine Frage, diesen Prozess des sinnlosen MADs begleiten, um eventuell in Zukunft dieses Denken durch diesen Fake, durch diesen Foto, Hoax, so im Kopf zu verankern, dass dieser Mensch in Zukunft mit dem ihm zugewiesenen Körper ein bisschen besser umgeht und ihn nicht leichtfertig fotografieren lassen, um ihn dann mit Manipulation durch Fehlinformation zur Operation zu führen. Wie wir sehen, das MAD, das MAD-Verhalten als Patient, wieder ein Teil des eigenen mentalen Puzzles, der eigenen mentalen Sklaverei, um so jetzt wieder zu erkennen, dass an der Verantwortung für das eigene Leben definitiv nichts vorbeiführt, dass, wenn man diesen Menschen anhand von Fotos die eigene Selbstständik anvertraut, man wahrscheinlich irgendwo mental falsch abbogen ist, man eventuell gern in der Opferrolle ist, nur wer definitiv eine Lösung sucht, wer einen Ausstieg braucht, braucht keine Fotos, sondern ein geändertes Denken. Diesen Podcast gerne abonnieren, weiterempfehlen. Alles Gute für euch. Anarcho.co Beendet deine mentale Sklaverei. Mehr Infos auf www.anarcho-code.com www.anarcho-code.com